Hallo YouTube, hallo Internet und Willkommen bei Pinefuel Drive. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwo ist noch ein Schlüssel versteckt. Also. Hier ist nichts. Irgendwie. Blätter. Keine Ahnung. Die Sohne hochkriechen kann ich ja auch nicht. Es bleibt ja nur draußen. Ich habe jetzt alles durch. Soweit. Ja, fucken. Einen Schlüssel habe ich auch noch. Kann ich auch sagen, dass es der ist. Ja, das glaube ich nicht, weil... ...ist der noch verschwunden. ...die spätestens was überhaupt. Habe ich irgendwie eine Tür übersehen oder so? Wir laufen noch mal durch. Probieren jetzt einfach noch mal systematisch. Die warten wir gerade mal zu. So, die zu. Hier noch einer? Da war nix. Hier kommt jetzt noch einer. Da war ich schon drin. Die machen können ja mal gucken. Wer weiß. Aber... ...ne. So. Hier ist nix. Hier war auch nichts. Haben wir schon zweimal durchgeguckt. Hier. In den Ecken ist... ...noch nichts versteckt. Hier fehlt mir eine passende Schlüssel. Also... ...in der Etage... ...nix zu gewinnen. Dann jetzt noch mal hier. Schön nach System. Nano? Wollte ich nicht vorhin zu? Ach, die quatschigen wir ja auch schon. Ähm... ...aber Licht ist schon wieder. Ach, so. Was war denn mit der Tür? Die geht nicht. Geht die noch mal. Na? Da ist nur der Wind. Nur der Wind. Tjo, der Wind. Ah. Jetzt höre ich schon wieder diese Schritte. Ja, komm doch her! Zeig dich, du... ...Lusche. Oh, gut. Okay, das war die erste Tür. Immer noch mal ein paar Streichhölzer. Das ist ja schon was. So, hier waren wir auch schon. Und... Hier haben wir die Batterien gefunden. Da ist nichts. So, auch nichts. Immerhin haben wir noch volles Leben. Tja. Tja. Hier also. Auch nichts. Lauf ich jetzt gerade schon in die falsche Richtung? Was meinst du? Was meinst du? So, hier war jetzt... Die Zeit läuft jetzt auch wesentlich langsamer, ne? So, vorhin rast sie so dann vor sich hin und jetzt steht sie quasi. Wer ist das? Habe ich hier noch was übersehen, aber eigentlich... Da ist ja gar nicht noch ein Tisch, weil es auch nichts... KW vielleicht. Der kramscht immer noch. Das hilft nichts, ich glaube wir müssen raus. Das Problem ist ja auch einfach, wenn, wenn du einen Raum vergisst und da ist die Lösung drin. Kannst den ganzen Kram noch mal abklappern. Aber auch hier draußen ist was zu finden. Ich meine, das Land ist ja nicht gerade klein, nicht einfach im Sonnen. Da ist ja manchmal auch. Ist die los da vielleicht? Ne, in die Frischung. Hätte ich die Batterien gefunden? Da geht es eh nicht weiter. Ist die mit dir? Habe ich auch nicht geguckt. Ja, ich könnte auch im Dunkeln laufen, aber es macht keinen Sinn. Ja, ich könnte auch im Dunkeln laufen, aber... Macht keinen Sinn, weil... Da sehe ich ja nicht, wenn ihr irgendwas habt. Da hat man schon geguckt, ich gehe einfach mal den Weg hier lang. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. War da nicht vorhin ein Geräusch aus dem Jagdzimmer zu hören? Ich bin Jagdzimmer, das... Den Hinweis soll ich schon mal... Verhängig bin ich. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Jetzt will ich mich hier nicht irritieren. Ah, guck mal. Sehr schön. Sehr schön. Oder sollte das jetzt als Hinweis gedacht sein? Ich schaue mal den Weg weiter... Was ist denn da? Ich blieb aufs Tor. Und ich gucke mal, ob jetzt dieser Schlüssel gepasst. das wäre zu einfach gewesen, das ist zu einfach, auch nicht ich bin da nicht hin, ich bin zurück auf den weg, wir laufen noch einmal ums Haus und dann muss man einfach mal ins Jagdzimmer das macht nur die Geräusche boah meine Akkus, die gehen jetzt hier nur so runter ich bin gerade nicht gelaufen das hört sich an wie eine Schaukel oder so wird schon nix mehr gleich eine Katze mit Stiefel Brunnen Brunnen ist auch mal was versteckt, oder? hier nicht ja, was ja auch immer wohl sein kann dass jetzt nichts ist dann aber wie gesagt na, oh lea nächsten Tag dann doch wieder ja jetzt haben wir dann hier noch einen Baumstieg hier ist jetzt aber auch nichts nichts weiter versteckt ganz ruhig ganz ruhig ich habe das Gefühl, dass wir verfolgt werden hey, komm raus das ist doch das Jagdzimmer mal gucken wir da nach Reimduft auf zu rasch ab 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 Hallo? Das ist doch nicht das Jagdzimmer richtig. Richtig. Okay, da war das jetzt doch oben. Ich habe ja noch eine Schüssel gefunden, vielleicht bekomme ich hier irgendwas auf. Wo ist das Jagdzimmer? Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber ich meine die Schatulle auf dem Schrank war gestern noch nicht offen. Ein Schlüssel. Okay. 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 Jetzt vielleicht die nächste Mal rein. Ich beste mal die. Jetzt. Da ist drei Schlüssel. Da passt keiner. Tja. Jetzt muss ich nochmal durchschauen. Das ist ja noch nicht selig. Das hilft ja nichts. Das hatten wir schon. Ja, also gehen wir mal nach oben. Der Akku ist auch schon wieder fast leer. Fünfmal noch. Irgendwas. Passt hier nicht. Ah. Hallo? Okay. Mal schauen, ob wir hier irgendwas finden können. Ich hasse Glastische. Ich hasse Glastische. Ah, ja. Die Zeit läuft immer noch nicht weiter. Ist nichts. Ja, hier ist nichts weiter. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht besser wäre, wenn irgendwie so eingeblendet werden würde, für was dieser Schlüssel ist, weil so muss man ja wirklich jede Tür nochmal das ganze Haus auf und ab laufen und gucken, wo passt denn jetzt. Und wenn man dann auch noch orientierungslos ist. Wieso? Das sind schon so viele für so. Ist nicht okay. Mal runter. Es ist nichts Neues. Ist auch alles ruhig. Tja. Es sind immer noch zwei. Ah, hier hat was. Tür ist offen. Okay. Ein Zettel. Was steht da? Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Tag 3. Okay. Der Tag ist geschafft. Ähm... Puh... Liebes Tagebuch. Im nächsten Part geht's dann weiter und... Sag doch nochmal. Kommentiert. Was soll die Rolle spielen? Macht's gut. Hina? Hina? Hina?